hallo hier bei naus und da draußen herzlich willkommen zurück zu einer runde minecraft revolution so ich mich letztens die folge abgeraucht oder was heißt die folge abgeraucht mit der ton abgeraucht das waren aber auch nur ein paar minuten ich glaube fünf oder so ich habe den das jetpack gefüllt gekriegt und zwar muss man das in der config ändern kann ich euch sagen wo und zwar ist das bei der bei den config mod rennen bei reika drin bei dem bei der config von rotary craft dort muss man einen tag suchen der mit der filling station zu tun hat und da steht dann was mit use ethanol kristalle to fill oder so was steht da und da muss man die auf schuhe setzen die stand nämlich auf falls das heißt da konnte man theoretisch nur jet fuel reinfüllen das ist mir aber dann ein bisschen zu too much nur jet fuel weil das dauert ein bisschen bis man jet fuel hat und ich bin ja nur ein bisschen rum geflogen habe versucht hier so ein secret bureau zu finden den wir brauchen für komati kraft ansonsten habe ich eigentlich noch nicht viel gemacht ich habe mal ein paar videos geguckt und zwar wenn wir unten lesen können was hier steht dann ist dann haben wir das schon gemacht orbs of energy haben wir schon gemacht energy beacons haben wir noch nicht gemacht monster slay haben wir schon gemacht crystal hives haben wir schon gemacht die vor stream haben wir noch nicht weiß ich aber noch nicht was das sein soll müssen wir dann gucken world floor haben wir schon gemacht technicolour trees haben wir schon gemacht technical energy haben wir schon mal endless mobs haben wir schon mal bewert hollos habe ich leider noch nicht gefunden und ocean temple habe ich leider auch noch nicht gefunden null keine ahnung secret burs bin ich gerade auf dem weg hin magical forest haben wir schon gemacht magical trees haben wir schon gemacht oder ich bin gerade am suchen besser gesagt so fabrication und so weiter das haben wir alles noch nicht die frage ist natürlich ob wir mal eben so ein teil finden das ist nämlich die sind nämlich nicht so einfach zu finden die dinger ich weiß noch nicht ob ich das in der aufnahme mache dann oder oder dann irgendwann außerhalb dass ich mir so ein teil suche problem ist natürlich dass der die welt sehr lang braucht zum generieren das ist halt dann andere blöde durch das jetpack weil man wir sind halt viel zu schnell unterwegs dahinten ist ein riesen berg wie man sieht und ja normalerweise sieht man die dinge ziemlich gut im dunkeln wie gesagt blöd ist natürlich jetzt gerade die weltgeneration wie ihr selbst seht ist das nicht so prall ist halt gerade nicht so schön aber was will man machen da ist auf jeden fall ein langer gang nach unten warum auch immer ja ansonsten wie gesagt ich habe das stil jetpack jetzt ja so gemacht dass wir die mit ethanol füllen können und ja der rest kommt da noch dann sonst habe ich zwei gefunden aufladen können wir sie leider immer noch nicht leider nicht aber bis jetzt immer noch keinen so ein teil gefunden spalten ohne ende riesen baum generierte gerade ja ist natürlich ein bisschen kacke jetzt mit dem dass sie die welt hier dieses scheiße generiert weil eigentlich würde ich gerne gucken dass wir mehr finden die weltgeneration ist natürlich gerade was für ein arsch auch nicht schaden wovon müde bin ich nicht alles was wir fliegen mal langsam richtung hause weil das bringt nichts wenn wir hier wenn die welt nicht generiert dann dauert eigentlich viel zu lang alles da unten ist eine kiste gewesen ist hier ein dungeon? irgendwo? eigentlich muss ja da ein dungeon sein wenn ich da eine kiste gesehen hatte ich weiß nicht wie da könnte einer sein da sind briggs ah hier ist ein turm ok was ist das für ein turm? ah da will ich nochmal reingucken das ist ein dungeon ja wir haben einen dungeon gefunden wir können da natürlich auch mal durchgehen einfach mal so haben wir noch Fackeln bei 28 ja sollte erstmal reichen genau wie ist der Eingang und hier kann man runter gehen schauen wir mal können wir mal schauen was hier unten so drin ist wenn wir dann irgendwann mal unten ankommen ah jetzt oh light blues ähm clay block machen wir mal ein bisschen licht hier rein so gehen wir mal erstmal hier an der seite Tür auf das Porzool braucht keiner hier ist eine türe mit der kiste schauen wir mal da haben wir da äh paper ein bisschen seeds Fackeln können wir mitnehmen aber sonst ist auch nichts weltbewegendes drin was wir gerade brauchen mh nö biecher könnten wir mitnehmen ja die pflanzen ist nicht unbedingt dark oak aber weg den pot brauchen wir auch nicht ach ne wird es doch ein Lämpchen schönes Ding da ist noch eine Tür noch ein Ding hier hier brennt irgendwas oh Diamant aber die kannst du nicht benutzen leider ein Brot nehmen wir mal mit ich glaube bei dem anderen war gerade auch eins drin Fackeln mal wieder einen Bogen brauchen wir jetzt nicht das sind ganz normale Ledersachen die brauchen wir auch nicht Surplus Schuhe Pantalons auf Deflection okay auf Defense ja das ist aber leider nur Leder da ist noch ein Buch drin da kann man auch noch mitnehmen Statistik ja braucht keiner ach da warte mal das noch ein Ofen da ist noch Kohle dann na Kohle brauchen wir auch nicht ist jetzt ja auch nicht so wild komm mal ab du Flowerpot danke so hier ist ein größerer Raum und hier könnte ne ist er da mit den Spawnern dahinter ich glaube nicht was ist er für Steine Stone Slap hier oben Spawner irgendwo nein was dann gehen wir mal weiter da vorne ist nämlich Spawner jetzt nicht mehr was ist das Lime Stained Clay da ist Glowstone gut brauchen wir aber auch nicht unbedingt was haben wir hier drin ähm ja ein paar Bücher können wir mitnehmen ähm Iron Inget können wir mitnehmen Stones brauchen wir jetzt nicht Sticks auch nicht äh ja ein Enchanted Book kann man mal mitnehmen kriegt man auch nicht so oft sehr gut haben wir die erste Seite glaube ich schon fertig manchmal können natürlich in den Dungeons richtig geile Klammern drin sein das kommt immer drauf an vor allem kommt er drauf an wie tief der ist das kann ich auch noch sagen aber wir sollten uns mal irgendwann ein Schwert bauen damit wir uns auch mal wehren können so was haben wir hier drin ähm Lodanum toll auch noch ein Brot das ist schön Cookies brauchen wir jetzt nicht unbedingt ja erstmal wieder ein Glühstönen gewesen jetzt habe ich das Bucherregal nicht mitgenommen egal Papier nehmen wir Papier einfach mit lassen wir einen Schalter hier lassen wir einen Granit hier ein bisschen Koppel hier lassen die Kacke kann auch hier bleiben so ein Brot nehmen wir noch mit ähm einen Apfel und so brauchen wir nicht Alben Pickaxe und so weiter könnte man mitnehmen dann hätten wir ähm dann könnten wir theoretisch die wenn wir irgendwelche Rezepte haben mit dem mit ähm Spitzhacken könnte man die machen und benutzen dafür aber das will ich jetzt eigentlich nicht erstmal die Kack Dungeon hier durchkriegen und dann haben wir es auf jeden Fall ein bisschen weiter kommen sagen wir mal so so eine Kiste in der Ecke ein Papier noch ähm Absinth super was zu saufen aber die erste Etage lohnt sich eigentlich fast nie also nur am Anfang vielleicht weil am Anfang die Sachen schon was was sind da drin also hier gerade Lederklamotten und so weil ihnen manchmal gute Verzauberung haben aber sonst lohnt sich die erste Etage eigentlich nicht wenn wir schon was weiter sind oh ein Loch super frech vor allem muss man hier extremst aufpassen auf Fallen hier ist auf jeden Fall der Gang nach unten das muss man definitiv hier mal auf Fallen achten die können nämlich ein bisschen gefährlich werden die Dinger ähm wieder Papier das nehmen wir mit so ein Brot nochmal Kohle brauchen wir nicht da ist auf jeden Fall vorne der Gang nach unten das ist schon mal was wert dass wir den schon mal haben so du Spornack ist auch mal weg schöne Ente auch nicht schlecht ähm da haben wir dann Buch Apfel und so weiter Kettenhose also erstmal einmal von den von der besseren Sorte ein Teil hier ist nichts das nischt so dann haben wir noch einen Gang glaube ich den mit der Tür genau da kamen wir gerade her gucken wir mal hier rein was ist hier los paar Bücherregale sieht aus wie so ein Garten hier naja Bücher müssen wir nicht mit übertreiben dann müllt uns sonst das Ding ins zu ist hier eine Kiste oben drauf nein gut auch nicht gut dann gehen wir einen runter und dann schauen wir mal was weiter unten auf uns wartet ganz unten wenn der bis ganz nach unten geht dann wird es gefährlich weil das ist die Nether Ecke da sind auf jeden Fall einige Spawner hier wir machen natürlich erstmal wieder hier wir gehen natürlich wieder hier lang und schauen Bücherregale Kiste jetzt kommen wir nämlich schon zu den anderen Sachen da ist das Deadfast Drohne drin die nehmen wir mal mit jetzt kommen wir schon zu den etwas wertvolleren und auch gefährlicheren Dungeon teilen hier müssen wir gucken ob hier ein Spawner hinter ist irgendwo kann nämlich immer gut sein dass die Näcken sind da müsst ihr mal drauf achten scheinbar aber nicht hier sind ganz viele Türen ah warte mal geben wir mal Koppel so wir gehen mal gehen wir jetzt hier lang oder gehen wir da lang wir gehen jetzt mal hier lang ok da ist eine Kiste da ist eine Kiste Brote nehmen wir natürlich mit nethervector brennt da sind Spawner genau das meine ich nämlich die sind auch in der Wende da müsst ihr nämlich drauf achten da müsst ihr nämlich drauf achten Spawner in der Wende gefährlich oh was haben wir hier eine Batterie von Apple Milk and Tea die nehmen wir doch natürlich mit ein Brot wieder wir nehmen uns auch ein Snowball mit mal weil ich nicht weiß ob wir den vielleicht irgendwann brauchen könnten wo wir da natürlich im Schneebium könnten da ist nämlich noch ein Spawner ich will ja nur dass sie nicht spawnen immer immer auf die Wand achten da waren wir schon dran denn wir sind jetzt glaube ich auf der Höhe wo man wo die in der Wende sind da ist noch eine Kiste und da ist auch ein Spawner wieder so was haben wir hier Kohle ein Buch das können wir natürlich wieder mitnehmen ein Seil brauchen wir jetzt nicht unbedingt ähm Papier sehr gut ah das ist so die Schmiede Dingens hier glaube ich wobei hier aber auch nichts ist außer diese Bricks die relativ cool sind weil die auch teuer sind aber gut das ist jetzt nicht unsers das können wir auch immer noch holen wenn wir sie brauchen momentan brauche ich sie nicht so da haben wir eine Kiste in der Mitte stehen das ist meistens mal eine Anzeige für eine Falle auch nicht schlecht noch ein Brötchen da sind wieder Leatherboots drin da hinten ist ein Spawner und hier ist das könnte Quarz sein das sind aber keine normalen Quarzblöcke da haben wir ein Infofragment auf jeden Fall das ist schon mal gut das können wir mitnehmen ein Snowball nochmal Enderperlen auch cool Lassen wir den normalen Stein den brauchen wir nicht dann was haben wir Wrecking was immer Wrecking ist so die Frage ist kann man den zurück schüsseln ich glaube nicht oder kann man den zurück schüsseln ich glaube nicht oder Quarz Stairs Enderperry World Whole Upgrade Callout Block ein Dekorativ doch mit Manaum Fusern kann man das machen ach und Schüssel doch kann man wohl zurück schüsseln das wäre dann Nether Quarz hmm dann nehmen wir nochmal ein paar Bit da wollen wir nicht so viel in der Hölle rum eiern kriegen wir hin sind ja ein paar und wenn wir den zurück schüsseln dass wir dann immer vier Nether Quarz rausgehen ist doch okay finde ich ich kriege Hunger weil ich müde bin okay dann werden wir uns gleich mal zurück porten Otzmium Otzmium ja ich weiß wir kriegen Hunger aber ich will eben die ich will den nächsten Raum noch eben fertig machen und dann machen wir das mit den Porten Skelettspawner Snowball Gold nehmen wir auch noch mit und das war's wir machen uns hier mal einen Waypoint und dann machen wir nächste Folge den den Dungeon weiter da ist Dungeon 3 und wir teleportieren ne wir können uns noch gar nicht teleportieren weil ich noch nicht den Dingens an hab so jetzt hab ich einen so und wir teleportieren jetzt nach Hause auf Wiedersehen natürlich Hallo danke ach so weil ich mit dem Dingens da standen gehangen hab mit dem Glider so wir legen uns mal kurz hin so warum hab ich immer noch Hunger jetzt nicht mehr 46 blag Quarzblöcke war noch krass das einige ist 47 sogar ja Spawner können hier rein eigentlich was hab ich da ein Infopragment ach da hab ich schon was ich hab ein neues aha aha also block ist das leaf ach cool hab ich jetzt wieder was neues f4 eine neue Seite gefunden die ich noch nicht hatte sehr gut ja dann würde ich sagen wir machen das nächste Mal dann weiter bei unserer Exkursion mit dem ähm ja mit den Dungeon mit dem Dungeon natürlich und dann werden wir mal weiter schauen was wir da noch so hinkriegen bin mal gespannt Zucker ist hier ja stimmt ich hatte noch Zucker gesucht ähm habe ich auch noch einiges gefunden gehabt und ja schauen wir mal wo weit uns der Dungeon wohin der uns der Dungeon führt auf jeden Fall weil das weiß man ja nie leider die Bienen tue ich mal hier rein Papier auch ne Papier kommt da oben rein ähm dann werden wir mal gucken auf jeden Fall tun wir mal das Auto rein ähm die Bücher kannst du ne die Bücher lassen wir mal mit außer das ähm und dann schauen wir mal wohin uns das führt wie weit wir in den Dungeon kommen und was uns der alles noch zu bieten hat und wie immer würde ich sagen wenn euch die Folge gefallen hat lasst ein Like da lasst ein Abo da lasst ein Kommentar da ansonsten einen schönen Tag einen schönen Abend wie auch immer wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Minecraft Revolution Schönen Tschönen Tschönen Schwingen.